Moin liebe Zuschauer, heutiges Thema bei uns hier beim Gelände von Rauert, Wohnwagentüren. Nicht wahr? Normalerweise sind diese Türen nicht wirklich breit für Menschen wie mich. Sehen Sie, ich hab ein bisschen was aufgerippen. Ich möchte Ihnen einmal kurz an praktischem Beispiel demonstrieren, wie es denn aussieht, wenn die Tür nicht breit genug ist. Moment eben. Haben wir gesehen, liebe Zuschauer, nicht wahr? Wir haben aber auch auf diesem Gelände Wohnwagen stehen, wo die Tür um einiges breiter ist. Da kommen Sie gemütlich durch und hier können Sie nämlich ruhig noch mit einem Kasten Bier in der Hand gemütlich in den Wohnwagen reingehen. Zeige ich Ihnen. Achtung, Moment, Kiste Bier. Ja, fantastisch. Drinnen ist die Kiste. Diesen Detlefz Beduin 560 VR mit breiter Eingangstür gibt es jetzt mit einer breiten Zusatzausstattung. Für 34.600 Euro inklusiv Styling, Dusch und Ambiente-Paket. Und da passt doch viel mehr rein. Elefantenherde oder was weiß ich, ne? Zum Beispiel. Rauert Reisemobile. Luxus, den man sich leisten kann.